Tiernan, L.A.P.D. Laufen die denn alle mal weg? Haben die irgendwas am Stecken oder wie? Oh, noch ein Auto. Oh, schön. Was wirst du für dich? Geh nach ihm! Können wir schneller gehen, wenn wir nicht das extra Wettbewerb haben? Diese sind flaschige Fahrzeuge, die in der Bowling Alley parken. Die Läden betrachten einen schnell lebenden Individuen, mit einem Rund auf die Reifen. Oder ein mitteljähriger Individuen, mit dem brauchen, um die Bewerbung zu bauen. Halt ihn, Cole! Halt ihn aus! Ein anderer Rundler! Oder zumindest haben wir einen Suspekt. Warum fahren sie immer immer? Ich bin sicher, dass wir die falsche Person haben, und mehr als einer dieser Homicide, aber sie sehen immer wie ein Land. Die Bewerbung sind nicht periode. Komm schon, Feltsch, du verlierst mit dem kleinen Weasel. Wenn das nicht der Bewerbung ist, können wir ihn aus der Gefängnis. Das ist, wenn er in der Strecke schlägt und uns alle Probleme schlägt. Joywett ist vorbei, Kind. Feltsch! Du musst mich nähen! Du musst mich nähen! Du musst mich nähen! Du musst durch die Strecke! Ich hoffe, die Leute sehen ihn in Zeit, um rauszukommen! Ah! Hallo! Der kleine Penboy ist die beste von dir, Cole! Was, wenn sie laufen, weil jemand sie sie aufbauen? Weil sie fühlen, dass die Strecke ist gegen sie? Weil sie fühlen, dass die Strecke ist gegen sie. Das ist die Perps-Imagination. Oh, sieht aus, wie wir in die Tunnel gehen. Verdammt, er wird sich selbst töten! Das ist okay, als ob er das nicht töten kann, bin ich mit ihm okay. Oh, Mann, 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 Mann! Tiernan! LAPD! Da! Der Spannende ist das Mal! Das ist ein Hund! Der Spannende ist, was wir nicht mehr als ob sie noch mehr ansteigern. Das sind flachsäcke, die Fahrten zu fahren in der Wohnung. Die Fahrten zu fahren. Der Spannende sind die Fahrten aus der Wohnung. Die Beste sind ein Hund! Oder ein Jugendlicher mit dem Gefühl, wie ein Mensch. Ich versuche, wie sicherer das Fahrt. Wollte Glück. Komm, 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 komm! Der Spannende ist, wenn wir eine Strecke haben. Warum immer sie leidt? Ich bin sicher, dass wir die Person falsch erneut haben. Ich bin ein und ein von diesen Homicide, aber sie sind immer wieder rausgekommen. Ihr wisst, was die Theorie ist nicht so, dass ich mich nicht so. Ich schlau mich nicht mehr, ich komme zurück. Das ist der Killer, wir können ihn nicht so, dasselbe und gefährlich sein können. Das ist das, wenn du in die Rundin wirst. Das ist das, wenn du in die Rundin wirst. Das ist das, wenn du in die Rundin wirst. Ja, wir haben ihn. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Gut. Gut, dann fahren wir zu diesem Apartment. Ach, wir nehmen das schnelle Auto hier wieder. Ähm, Orte. Das Apartment von ihm. So, ja gut, wir haben jetzt ja gar keinen Polizeifunk hier, weil wir jetzt so einen Wagen hier haben. Ja, gut, aber... Ich finde den niedlich. Ja, schon klein. Hat was, hat was auf jeden Fall. Wow, hier, das war wieder gekonnt. Nur weil das Auto so ein kleines. Was für deinem Auto fahren, du Madiak! So, Achtung, Achtung, Polizei! Wow, da! Ich glaube, ich habe keinen Reifen mehr, oder? Nee. Sir, 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 ma'am, 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 wir brauchen das Auto. Einsatz. Aus dem Auto, Polizei! Warte, Officer, meine Tasche sind da drin! Ja, es gibt Schlimmere, als die Taschen, aber wir haben doch gleich ein neues Auto gefunden. Aber wir haben auch so viele Autos zu finden. Da müsste ich wirklich in jedes Auto einsteigen, ne? So. Ich denke mal, wir sind aber auch gleich da, bei dem Apartment. Wir sind ja in der Wohngegend. Wir müssen aber eigentlich auch gleich da sein. Ja, wusste ich noch. Wohngegend, da haben wir auch gleich die Apartments. Ich will das hier mal machen, oder? McCaffrey, Apartment! Apartment 6, hat die die Dame gesagt, richtig? Ja. McCaffrey ist in Apartment 6. Dann müssen wir wieder Treppen laufen. Treppen laufen. Room 9, Room 11. Okay, wir müssen einen tiefer. Ich glaube, mein Partner ist wieder ein bisschen zügiger als ich. Nee, er läuft mir hinterher. Apartment 6, hier lang. Da. Oh, keiner da. Wir sehen uns mal ein Stückchen um. Wir sehen. Was haben wir denn hier? Gut, wenn er das sagt, dann ist es richtig. Da waren wir. Vielleicht... Nein. Ich dachte, das wäre jetzt dieser Schnaps, den sie mitgebracht hat, oder so. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Er sagte, er war zu Hause. Er sagte, er wusste, er wusste nicht. Und wir haben das Buch. Das ist natürlich jetzt blöd. Ist das du, Grosvenor? Wer sind Sie? Was machst du hier? Ich bin aus der LAPD, Frau. Wissen Sie, wo wir McCaffrey finden können? Ich bin sein Nachwuchs. Ist er in Trouble? Schau, Frau, wir müssen ihn finden. Und in einer Runde. Willst du mir Trouble geben? Sie sind aber noch nicht fertig. Hm, sicherlich können wir ihn für das schreiben. Eine Bezeichnung, zumindest. Lange dauern, bis du geheilt bist und wieder nach Hause kommen kannst. Ja. Ich habe deine Sachen in dein altes Zimmer gestellt und ein Schloss an die Tür gegangen gebracht, damit du deine Ruhe hast. Du kannst kommen und gehen, wann du willst. Ich werde mich um dich kümmern und du kannst wieder in dein normales Leben zurückkehren. Ich weiß, dein Adresse hat sich geändert. Ich kann also nicht sicher sein, dass der Brief dich erreicht. Aber ich bete darum, dass er es tut und du darüber nachdenkst, was ich gesagt habe. Ich liebe dich so sehr und bete dir jeden Abend, dass du in Sicherheit bist und vielleicht eines Tages an meine Tür klopfst und wir die Kluft zwischen uns schließen können. Liebe und Verständnis, deine Mutter, Arges Sommer. Na herzlichen Glückwunsch. Er ist enttäuscht von der Lettere, die wir neben dem Körper gefunden haben. Am besten würde ich sagen, dass es McCaffrey zu der Szene verliebt. Gut, wir haben eine... Ja, das ist natürlich... ...schlecht für ihn jetzt, wa? Wir haben jetzt wieder Beweise, dass er der Mörder sein könnte. Okay, hier lang? Na, hier, Treppe hoch. Wahrscheinlich auf dem Dach oder so. Grosvenor McCaffrey. Running on a hangover, McCaffrey? Sit down and we'll talk. Nein, komm schon mal runter, die Mörder runter, weit ab, noch mal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch. Da ist er, Officer. Komm schon, komm schon, komm schon, jetzt aber gleich, haben wir ihn doch endlich mal. Gib es auf, LAPD! Vor allem, wobei, weiß mein Kollege jetzt eigentlich, wo ich bin, aber ich glaube, wir kriegen ihn. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh! Ah, jetzt, komm schon, komm schon, komm schon. Oh! Was war das denn jetzt? Können wir nicht über das sprechen? Warum kann ich ihn nicht greifen, verdammt nochmal? Sehr schön. Unglaublich hier, unglaublich. We need to get downtown and wrap this thing up. It's gotta be McCaffrey. Unless, Tarrinen set him up. You don't think that asshole Jameson could have done it, do you? I don't know, whoever did it was that Dahlia fuck. How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case in hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Naja, wir werden es noch sehen, aber jetzt haben wir erst mal zwei Verdächtige. Wir müssen beide noch befragen, das wird ein Spaß. Hey,rarath to! You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. Okay, wir fangen in der 1 an. Gut, dann fragen wir einfach mal, Beziehung zum Opfer. Hat er uns nicht noch eben gesagt, dass er Evelyn kannte und dass er sie für das gesehen hat? So, was hatten wir denn gehabt bei ihm? Ähm, Opfer hat zuletzt gesehen. Da, haben wir es da. Das Buch des Opfers gefunden. Buch des Opfers gefunden. Okay. Ja, ich glaube, das war's. Was? Das war's. Oh, 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 oh. Alibi für James Tierman. Alibi für James Tierman. Wir haben Schnapskauf, Schnapskauf, Schnapsch. Schnapsch. Sie hat, aber sie kamen zurück. Sie hat einen Korten Whisky für Sie zu machen. Sie hat die Licker-Store-Winner gesagt, Sie hat die Licker-Store-Winner gesagt, Sie hat mich in deep trouble. Sie hat mich gesagt, dass sie liebt. Sie wollte mich für mich. Sie wollte mich für mich. Sie hat mich nicht zu sprechen, über McCaffrey. McCaffrey war ein Writer. McCaffrey war ein Hero. McCaffrey cared für die little guy. Wie? Hast du sie töten, Tiernan? Ich hätte auch gerne. Ich habe sie ausgelöst. Sie hatte nicht mehr, woher zu gehen. Hast du ein Auto, Tiernan? Nein, ich habe nicht. Hm. Hast du eine Lug-Winner? Wir benutzen viele davon, um die Schrauben in den Pinsetzungsmaschinen zu entfernen. die von McCaffrey im Wohnung gefunden haben. Corners Report sagt, dass Evelyn mit einem Wrensch getötet wurde. Ich denke, du hast es gemacht, und dann hast du die Wahrscheinlichkeit auf McCaffreys Apartment gelegt, um uns zu finden. Wir gingen zu seinem Apartment. McCaffrey war auf dem Ruf. Evelyn hat das Buch gebrochen. McCaffrey ging verrückt, als er herausgefunden hat. Er sagte, er würde sie aus ihrer Misere bringen. Er kann sehr kräftig sein. Ich verhöre erst mal. Ja, aber ich muss noch das andere wenden. Das ist verrückt. Sie hat es immer gewohnt. Ein großer, schwarzer, zirkulierer Disk mit einem Y-E in der Mitte. Es wurde von einem alten Typewriter-Key, von der Prop-Departement in unserem alten Filmstudio. Wir werden mit McCaffrey sprechen. Du musst darüber nachdenken, was du uns gesagt hast, Tiernan. Du bist nicht klar. Wir müssen in die zwei. Jetzt bin ich mal gespannt, was er uns zu sagen hat. Sind Sie bereit, einige Fragen zu antworten? Denkst du, ich habe alle Antworten? Die Leute, die von der Polizei rufen, haben meistens etwas, zu schlagen. Touché, Detective. Mal sehen, wo es uns geht. und das ist gelogen. Ich kann den echt nicht leiden. Der ist ein bisschen komisch. Alibi für McCaffrey. Evelyn hat irgendwann um die Uhr morgens. Erinner mich, wo warst du? Ich war bei Hause. Schreiben. Ich arbeite auf einem Manuskript. und das ist gelogen, weil wir ja einen Brief haben. Das heißt, er muss ja bei ihr gewesen sein. McCaffrey? Du warst draußen in der Räule. Und was hast du, das prügt, dass ich da war? Wir haben diesen komischen, ähm, Ding hier. Ähm. Ne, warte mal. Wo ist denn das? Der Rittener Brief. Wie geht es um die Hälfte der letzte Begründung der Augusta Sommers mit ihrer Daughter? Was sprachst du denn? Nachdem du die Eveline gespielt hast, hast du sie gefunden und die Mutter gefunden hast. Die alte Frau, die Angst hat dich verletzt. Ich weiß nichts über Eveline oder Evelines Frau. Also was war es auf deinem Schriftstück? Ich weiß nicht, aber wenn ich es nicht da hatte, hat es jemand anderes. Versuch, deine Macht auf das. Oh gut, das ist natürlich schwierig. Jetzt Zugang zum Radmutterschlüssel. Wir gefunden die Lug-Wrenche, die Eveline in deinem Apartment von ihrer Mutter und deine bloodstained Kleine. Wir haben dich kalt, McCaffrey. Du denkst, wenn ich mich verletzt hätte, Evelines Sommers zu töten, dann wäre ich schuldig genug, die Begründung in meinem Apartment zu lassen. ich beschuldige ihn mal, weil wir haben ja die Anschuldigung von ihm. Ich glaube nicht, Grosvenor. Die Begründung sagt, dass du sie töten hast. Du kannst prüfen, dass ich Eveline töten wollte. wir haben die Anschuldigung von wir haben die Anschuldigung von Tiernan. Ähm, ich weiß nicht, ob das reicht. Tiernan ist bereit, zu testifieren, dass du Evelines Leben in seiner Präsenz Selbstversorgung. Das ist understandable. Okay, ich werde mit dir level mit dir. Tiernan hat Eveline. Er kam zu mir für Hilfe. Ich hörte ihn, und er erklärte ihn warum er hat. Tiernan hat mich für Hilfe. Das ist wie es ging. Ich sagte, dass er ein schlechtes Fehler aber er würde sein Leben weg wenn er zu den den Glauben. Ich sagte, dass er sie nicht. Aber du hast. sprich mit Tiernan. Er wird es geben. Eieieiei, das ist ja, also das ist extrem schwierig jetzt, die beschuldigen sich gerade gegenseitig.